Musik Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Infovideo hier zu Pokémon Schwarz 2 Ja, ich muss das Projekt leider abbrechen, was mich ja auch sehr enttäuscht, denn das Spiel hängt sich übel, übel, übel oft auf Ich werde euch gleich noch Ausschnitte und anderes dazu zeigen Und ich würde dann sagen, wir sehen uns in dem nächsten Video wieder Ähm, das war das kleine Infovideo, ich zeige euch jetzt noch die Ausschnitte und noch ein paar Ausschnitte vor dem GetUp Let's Play Und wir sehen uns dann im nächsten paar Video wieder, tschüss Leute Uh, yeah Leute Ein Item, uh Äh Warum hängt ihr das Spiel auf, was ist hier los Eine Ewigkeit später Qua, 100 Jahre später und das Spiel hängt immer noch Meiiiinnn Meiiiinnn Oh, yeah, jetzt müssen wir ja glaube ich gegen unsere Rivalen kämpfen Und da ist er schon Oh, sehr gut. Du bist zum Trainieren hergekommen. Also gut, dann lass doch mal sehen, wie stark du geworden bist. Komm schon. Das Spiel legt sich dann wieder auf. Was ist hier los? Oh, meine Fresse. Viele Monate später. Ey, nee, das Spiel beruhigt sich einfach nicht mehr. Das ist doch der Hammer-Muruk. Oh, nach hier nach 100 Jahren. Oder nach Milliarden von Jahren später. Und immer noch hängt das Spiel. Alter, was ist hier los? What the fuck?